Lasst uns schauen, ob wir diese Tiere in einem Kampf schlagen würden. Haha, eine Ratte. Wer würde denn gegen eine Ratte verlieren? Nur 75% sagen, sie würden. Eine Hauskatze würde ich auch sagen, haben wir gute Chancen. Die wird vielleicht so ein bisschen kratzen. 70%, alles klar. Oh, ein Känguru. Ich glaube, gegen ihn hatte ich keine Chance. Ich kenne nur ein Video, wie ein Mann so einen Känguru schlägt. Aber nur 17%. Ich glaube, ich hätte auch keine Chance. Ein großer Hund würde auf jeden Fall auch super schwierig sein. Ich glaube, der Hund würde auch gewinnen. Ja, 15% sagen es auch. Ein Adler. Das könnte ich mir schwierig vorstellen. Vielleicht, wenn er in die Nähe kommt oder irgendwie sowas, hätte man vielleicht eine Chance. Und nur 25% vertrauen sich, alles klar. Oh, ein Gorilla. Ich glaube, gegen den würde ich nicht mal kämpfen, wenn ich einen Gorilla sehen würde. Ich würde einfach nur wegrennen. Nur 5% besser ist es. Und ein Elefant. Wie kämpft man bitte gegen einen riesigen Elefanten? Und vor allem, wie gewinnt man? Wird ihn irgendwer schlagen?